Hallo zusammen, seit über einem Monat bin ich für euch das Shelly Wall Display am testen. Und was ist eines der wichtigsten Punkte bei mir? Das Ding muss in den I.O. Broker rein. Dementsprechend habe ich mich der Aufgabe gestellt und meinen Code auf meiner lokalen I.O. Broker Instanz so angepasst, dass ich mein Shelly Wall Display im I.O. Broker drin habe. Wie ich das Ganze gemacht habe, welche Datenpunkte ihr dann im I.O. Broker seht und wie ihr das Wall Display schalten könnt, zeige ich euch in diesem Video. Und mit etwas Glück wird mein Code dann auch akzeptiert und ihr habt es automatisch mit in dem Shelly Adapter mit drin. Meine Lust auf top, bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Bevor ich mit der Konfiguration begonnen habe, bzw. begonnen habe, den Code anzupassen, habe ich mir überlegt, welche Werte kann dann überhaupt das Wall Display liefern? Und da blende ich mal oben links ein Bild zu ein. Da seht ihr mir kurz gut, es liefert die Temperatur, es liefert die Luftfeuchtigkeit, den Gesamtverbrauch vom Raum. Ich habe unten links dann auch noch das Relais, was ich schalten kann. Obendrein hat es einen verbauten Helligkeitssensor, worüber ihr die Helligkeit vom Display steuern könnt. Und für alle, die das Display noch nicht kennen, ich werde noch ein Video ausführlich dazu machen, wo ich den Test veröffentliche, blende ich dann oben rechts ein, wenn es veröffentlicht ist. Aber das sind so die Werte, wo ich gedacht habe, okay, das wäre schon praktisch, wenn ich die bei mir im I.O. Broker drin hätte. Und was war mein erster Anlaufpunkt? Ich gucke erstmal eine Knowledge Base von Shelly nach, ob es irgendwelche Informationen gibt. Zur bösen Überraschung, es gibt keinen Eintrag zu dem Wall Display. Also habe ich mir überlegt, okay, ich will trotzdem an die Werte dran, wie komme ich da dran? Ich bin dann jetzt ganz klassisch vorgegangen, ihr seht jetzt hier meine I.O. Broker und habe mir übergelegt, okay, wenn ich jetzt einfach mal die MQTT-Einstellung hier eintrage, auf dem Wall Display, also das ist jetzt hier das Wall Display, und dann einfach hier den Adapter MQTT nehme, den ich auch für meinen Gaszähler verwendet habe, dann kriege ich doch bestimmt irgendwelche Werte. Und genau so war es, ich habe hier Werte geliefert bekommen, das ist aktuell, glaube ich, nicht verbunden, nein, es ist nicht verbunden, auch wenn hier Connected True steht, weil das ist die Cloud Verbindung. Diese Werte habe ich bekommen, dann dachte ich, okay, jetzt habe ich die Werte, jetzt weiß ich in etwa, wie das heißt, und dann kann ich mich mal an die Programmierung ranwagen, und ich zeige es euch jetzt schon mal vorab, ich gehe hier in meinen Shelly Adapter rein, die Instanz 0 ist der richtige, hier habe ich mein Wall Display, und kriege auch die ganzen Werte hier rein, ich habe meine Luftfeuchtigkeit, ich habe den Threshold, ich habe dann hier die Helligkeit, also den Helligkeitslevel, das kann ich auch gerade mal manipulieren, dann seht ihr halt auch, dass das wirklich live ist, es ist gerade angestiegen. Was kann ich da noch mal, ich habe natürlich das Schaltrelais, was ich ausschalten könnte, das mache ich jetzt nicht, weil dann geht bei mir das Licht aus in dem Fall, und ich habe hier natürlich die Autoverzögerung, das alles habe ich da drin, und obendrein noch die Temperatur in Celsius, als auch in Fahrenheit, diese ganzen Werte habe ich abgefragt bekommen, was aber nicht geht, ich kriege nicht den Gesamtverbrauch vom Raum, also das habe ich nicht rausgefunden, wie ich da dran komme, wird mir auch hier über MQTT einfach nicht geliefert. Aber wie bin ich jetzt vorgegangen, um an das Ganze zu gehen? Ich habe das in meinem Video zum Shelly PM Mini, einmal, PM Mini? Plus PM Mini, einmal gezeigt, ich habe das Ganze bei mir im Docker Container laufen, und in meinem Docker Container habe ich hier die Module, und dann gibt es hier das Modul IOPoker Shelly, und wenn wir da einmal reingehen, in die Lib, dann haben wir hier einmal die Data Points, das ist eine Datei, die wir brauchen, wir brauchen in den Devices die GEN2 Helper und die GEN2, und wie ihr hier seht, gibt es hier die Shelly Vault Display. Ihr braucht bei euch nicht suchen, bei euch gibt es das definitiv nicht, weil ich habe das hier händisch erstellt, ich habe dann auch ganz viele Tests gemacht, wie ihr sehen könnt, habe ich es hier auch nochmal hochgeladen gehabt, und diese drei Dateien brauchen wir, und jetzt zeige ich euch Stück für Stück, wie ich diese Dateien konfiguriert habe, beziehungsweise was ich ergänzt habe. Da wechseln wir jetzt einmal in die Shelly Vault Display rein. Die Shelly Vault Display war nicht vorhanden. Nochmal zur Erinnerung, die Shelly Vault Display liegt hier in Device Lib drin, da die Empfehlung, ich bin einfach hingegangen, habe mir den Shelly Plus 1 PM genommen, wo ist er? Den PM Mini, der geht auch, habe ihn einfach dupliziert und auf Shelly Vault Display geändert. Mit dem Ändern hattet ihr hier drin natürlich schon vorher Informationen drin, und überall, wo dann der Name zum Beispiel Shelly Plus 1 PM steht, das habe ich gegen Shelly Vault Display ausgetauscht, also hier an der Stelle, hier an der Stelle, da, also ganz einfach, ich habe es ersetzt. Und dann habe ich mir den Code angeschaut, was ist denn überhaupt schon vorhanden? Wir haben Shelly Geräte, die haben die Temperatur, und wir haben Shelly Geräte, die haben die Luftfeuchtigkeit. Also, dementsprechend habe ich in der GEN2 Helper geschaut, wo ist sie? Hier in der GEN2 Helper, habe ich geschaut, ich habe mir das Ganze auch ein bisschen markiert, da ist zum Beispiel die Temperatur, add Temperatursensor to GEN2Device. Wenn wir jetzt hier drinnen gehen, seht ihr hier, add Temperatursensor to GEN2Device. Das habe ich einfach nur aufgerufen, also, ich habe den bestehenden Code genommen und hier mit eingebaut. Dementsprechend habe ich da die Luftfeuchtigkeit, als auch die Temperatur. Jetzt hatte ich aber die Herausforderung an der Stelle, ich hatte irgendwie nicht den Helligkeitssensor gefunden, also, gerne verbessern, wenn mir einer sagt, das ist hier drin, ich habe es nicht gefunden. Dementsprechend habe ich das Ganze hier einfach ergänzt. Ich bin hingegangen, habe mir die Temperatur genommen, habe das hier reinkopiert, also, wirklich stumpes Copy-Paste, so ein bisschen darauf achten und habe dann Anpassungen vorgenommen. Was habe ich an Anpassungen vorgenommen? Ich habe es nach dem Namensschema behalten, habe L-Illumin... Ich kann es nicht aussprechen, Helligkeit auf gut Deutsch, Helligkeitssensor hinzugefügt und bin dann hingegangen und habe geguckt, okay, was muss ich beachten? Und die Sensor-ID, das ist die 0, das konnte ich so lassen, aber ich musste hier vorne das Wort ergänzen. Habe ich auch gemacht. Dann, was ist es denn überhaupt? Ist es Lux in dem Fall, wie es gemessen wird? Habe dann hier die Sprachen ergänzt und habe das alles gemacht. Wichtig an der Stelle, dadurch, dass ich das ergänzt habe, muss ich das hier unten einfügen. Habe ich gemacht. Also, ihr merkt, ich bin kein Programmierer. Ich habe in etwa Verständnis dafür, aber ich kann es euch nicht hundertprozentig erklären. Ich kann euch aber erklären, dass es funktioniert. Entsprechend habe ich es hier ergänzt, genauso wie Add-Wall-Display. Und das Add-Wall-Display, da gehen wir jetzt einmal hier ganz nach oben. Ganz nach oben. Das habe ich einfach auch wieder ganz stumpf hier oben eingefügt. Die Funktion Add-Wall-Display habe ich erzeugt. Zur Erinnerung, wir gehen einmal zurück in die Shelly-Wall-Display. Ich füge hinzu die Add-Wall-Display, die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur und meine Helligkeit. Damit ist diese Datei Shelly-Wall-Display schon fertig. Die kann dann gespeichert werden und dann später in dem IO-Broker, in dem entsprechenden Folder, einfach einkopiert werden. Wir gehen jetzt aber hier zurück. Was habe ich bei Add-Wall-Display gemacht? Unter Add-Wall-Display habe ich den Schalter, also das Relais möchte ich darüber ansprechen. Also den Switch, auch ganz stumpf. Ich habe es mir woanders herkopiert, hier oben eingeführt. Gibt bestimmt auch bessere Lösungen. Also fühlt euch frei. Ich werde den Code auch auf GitHub veröffentlichen beziehungsweise habe auch schon ein Pull-Request in dem Adapter, in dem IO-Broker-Adapter gestellt. Vielleicht wird der akzeptiert. Ich hoffe es für euch. Und dann könnt ihr es automatisch darüber bekommen beziehungsweise derjenige, der weiß, wie er es abfangen kann, der kann es gerne anpassen. Ich habe hier den Schalter mit eingefügt und damit habe ich erfüllt. Gut, ich möchte das Ganze schalten. Ich kriege die Helligkeit, ich kriege die Temperatur und ich kriege die Luftfeuchtigkeit. Das habe ich hier drin ergänzt. Wichtig an der Stelle, wenn ich hier eine Funktion hinzufüge, muss ich sie natürlich auch ganz unten mit hinzufügen. Und jetzt kommen wir zu der Teil, wo ich jetzt schon zweimal drüber gesprungen bin. Es gibt auch noch die Data Points. In den Data Points habe ich in Summe fünf Pfeilen Code ergänzt beziehungsweise vier hätten gereicht. Ich habe zuerst das Wall-Display hier eingefügt. Als Generation 2, das Ganze habe ich dann hier auch nochmal gemacht mit Wall-Display. Hier an der Stelle habe ich es nochmal ergänzt. Dort habe ich es ergänzt. Und ganz hier unten bei der Knowledge Base. Den Eintrag 285 kann man sich eigentlich sparen, weil es gibt aktuell noch keinen Knowledge Base Artikel. Ich habe es trotzdem einfach vorbereitet. Dementsprechend habe ich diese ganzen Dateien so präpariert, vorbereitet, bei mir gespeichert. Und dann bin ich hingegangen und habe es bei mir in den IO-Broker hier überall reinkopiert. Mit dem Reinkopieren ist es aber noch nicht getan. Wir müssen jetzt einmal eine Anpassung vornehmen. Also insofern ihr hier die MQTT-Einstellung noch nicht gemacht habt, müsst ihr hier zuerst Enable MQTT-Network machen, RPC Checkbook aktivieren und Generic Status Update aktivieren. Dann tragt ihr hier an der Stelle eure IP-Adresse der IO-Broker-Instanz ein, inklusive des Ports. Dann den Benutzernamen und das Kennwort. Wichtig an der Stelle ist, standardmäßig steht hier nämlich drin Shelly Wall Display mit großen Buchstaben. Das ändern wir hier einmal auf kleine Buchstaben und mit dem Ändern auf kleinen Buchstaben und dem Speichern habt ihr das hier vorbereitet. Danach, wichtig an der Stelle, ihr müsst einfach nur noch mal, wann ihr die ganzen Dateien rüberkopiert habt, in den Adapter hier reingehen und das Ganze neu starten. Ich stoppe jetzt einmal den Adapter, lösche hier das gesamte Objekt raus, dass ihr auch seht, dass ich nicht einfach irgendwas erzähle, sondern dass das Ganze auch funktioniert. Jetzt ist das Wall Display verschwunden, gehe wieder hier zurück in die Instanz, Starte hier meine Shelly Instanz 0. Dauert das einen kurzen Moment und dann gehen wir in die Objekte zurück und dann hat er es hier jetzt noch nicht gefunden. Das kommt jetzt aber gleich. Wir können auch einmal in die Protokolle gehen. Noch hat er es nicht gefunden. Jetzt hat er das Shelly Wall Display gefunden und sagt, es ist connected und damit habe ich die Verbindung zum Wall Display und kriege alle Werte hier live rein. Wie gesagt, ihr habt es vorhin gesehen, ich habe das mit der Helligkeit gemacht, kann es auch gerne noch mal machen. Leuchte jetzt hier gegen, schon steigt die Helligkeit. Also die Werte sind wirklich live. Jetzt bin ich, wie gesagt, kein Programmierer. Es gibt ein Manko bei meinem Code und ich habe es nicht rausbekommen. Seit drei Wochen probiere ich hin und her. Es geht nicht. Ihr habt es wahrscheinlich eben in den Protokollen gesehen. Ich kriege immer die Meldung, hey, es ist kein Kennwort für die Webseite vom Shelly Wall Display gesetzt. Richtig ist es nicht. Wie setzt ihr das Kennwort? Wenn ich das Kennwort hier unter Authentication setze und jetzt hier einfach mal ein Kennwort eintrage und speichere, das ist auch gerade genau das Kennwort, was ich habe. Einmal weg. Dann kriege ich hier diese Meldung. Warum kriege ich diese Meldung? Wann das Wall Display noch nie hier drin war, kommt die Meldung nicht. Ich versichere euch, ich habe das richtige Kennwort eingetragen, sonst würden auch alle anderen Shelly Geräte, die ich mit diesem Adapter beziehungsweise dieser Instanz verbunden habe, dieselbe Meldung schmeißen. Beim Initialen funktioniert es einmal. Er kriegt die Werte rein, aber ich habe es nicht hinbekommen, dass es erneut funktioniert. Dementsprechend hier der Hinweis, einfach dieses Kennwort, hier dieses Kennwort zu deaktivieren. Das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden, ob er das möchte. Mit dem Deaktivieren kriegt ihr hier die Infomeldung, die Warnmeldung, aber die Werte werden aktualisiert. Ich hoffe, irgendein pfiffiger Entwickler kann auf Basis meines Codes diesen Fehler finden. Ich persönlich bin der Überzeugung, das ist jetzt nicht untermauert, das ist rein meine Meinung, dass es aktuell noch am Wall-Display liegt, warum das Ganze nicht funktioniert mit HTTP oder beziehungsweise der Authentifizierung. Ich habe es nicht weiter herausgefunden. Wie gesagt, es gibt keine Knowledge-Base dazu. Dementsprechend, ich habe es hier deaktiviert, seit drei Wochen funktioniert es. Ich habe dann auch Firmware-Updates auf das Wall-Display gespielt. Es hat leider hier dran nichts verändert. Das ist wirklich das einzige Manko, was ich persönlich aktuell hier in meiner Code-Anpassung gefunden habe, das ich auch noch nicht lösen konnte. Vielleicht kann man das hier auch künftig ausschließen, dass für das Wall-Display keine Meldung hier rausgeht. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat da Matthias ja eine Idee. Werden wir sehen. Wie gesagt, ich lade meinen Code hoch. Ich hoffe, ich kann dem einen oder anderen, der das Wall-Display benutzt, damit helfen, es in seinen IOPoker reinzubekommen und wenn es vielleicht dann auch als Pull-Request in dem IOPoker Adapter in GitHub akzeptiert wird, dann hilft es allen automatisch. Da müsst ihr hier nicht selbst Dateien bearbeiten. Also, was meine ich mit Dateien bearbeiten? Natürlich, ihr müsst die Dateien erstellen und dann halt hier entsprechend an die Stellen reinkopieren. Wie gesagt, probiert euch aus. Vielleicht kommt es in den Adapter Out of the Box mit rein und habt ihr es irgendwann Out of the Box mit drin. Ich habe es, wie gesagt, seit drei Wochen am Laufen. Bin zufrieden damit. Bin happy, dass ich es steuern kann. Und wie gesagt, ich bin kein Entwickler. Ich konnte mir damit helfen. Ich hoffe, ich kann dem einen oder anderen damit auch helfen. Wenn ihr Lust dazu habt, das Ganze nachzumachen, ich habe dazu auch einen Blogbeitrag, verlinke ich einfach in der Beschreibung als auch den GitHub-Link, wo ich die ganzen Dateien schon für euch vorbereitet habe. Ihr müsst das nicht alles abschreiben. Ich bin ja nicht gemein. Habe ich alles vorbereitet, könnt ihr dort runterladen und dann bei euch in die Instanz mit reinkopieren beziehungsweise in die Ordner. Wichtig an der Stelle, Nachahmung auf eigene Gefahr. Ich übernehme dafür keine Haftung. Aber wie gesagt, bei mir funktioniert es seit drei Wochen. Dementsprechend, alle, die es nachmachen, viel Spaß damit. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen hoch freuen. Und dann sehen wir uns demnächst zum nächsten Video. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.